Ja, all in auf Puff, Jungs. All in. Das ist sicher. Hundertprozentiger Safecall. Alles auf Pabri hier. Auf unseren Mann ist ja wohl klar. Oder macht einfach Hälfte hier auf Puff und Hälfte bei TBG auf Pabri. Oh, es geht los. Was macht denn Pabri? Spielt F3 im ersten. Trollt hier. Wie geil ist das denn? Ey, was ist das denn? Wie heißt denn das? Das ist frischische Eröffnung. F3, F6. Geil. Ach du meinst, was ist das denn? Das hat doch einen Hasen ab und zu mal gespielt. Hier spielt der Ding jetzt das auch. Haben die sich geeinigt, dass die hier so ein blödes Remis machen oder was? Die haben sich so abgesprochen oder wie? Ja, Dame A5 kann er nicht machen. Was ist das denn? Das stellt doch einfach eine Dame ein. Ich weiß nicht, was die beiden... Ich glaube, die haben sich abgesprochen, die sind ein Blödsinn zu machen. Die machen jetzt Remis oder wie? Reverse Bonklaut. Ja, die machen... Kennst du das nicht? Die treuen rein. Ja, die treuen. Jetzt fangen sie an zu spielen oder was? Ja, lustig. Scheiße, ich hab den Lust gar nicht aufgenommen heute, den Stream, ich Idiot. Ach man, ich hab's vergessen. Ich bin ein Idiot. Ich bin so eine Wurst, Leute. Ich vergesse immer wieder den Stream aufzunehmen, Butch. Aber du hast doch das VOD, oder nicht? Ja, aber die Qualität des VODs ist nicht so groß, wie wenn man's aufnimmt. Ich verstehe. Das ist jetzt hier... Ja, aber ich weiß nicht, ob die jetzt spielen, die normale Schacht. Weiß ich nicht. Das sieht gerade so aus, als wenn die da noch symmetrisch sind, aber... Ich ne Ahnung. Nicht ganz jetzt. B6, ne? Der hat jetzt die Symmetrie durchbrochen. Und Parbro denkt sich... Genau, wenn er B3 spielt und dann Bishop E6 ist wieder symmetrisch. Und Parbro denkt sich wahrscheinlich gerade... Scheiß Paff, warum macht er das? Wir haben doch uns geeinigt auf symmetrische Spielremie. Der nimmt den gerade hops, ey. So, schauen wir mal. Wer ist eigentlich Früchtetee, der bei mir im Chat ist? Das ist immer Früchte-Fee. Das ist einfach ein ganz normaler Viewer, denke ich mal, oder? Nee, der wird immer gefragt, was machst du denn hier und so? Früchte-Fee? Früchte-Fee, genau. Kenn ich nicht. GlitchCon 2020? Was ist die GlitchCon? Wutsch. Äh, die GlitchCon? Ist das nicht sowas wie die TwitchCon? Bloß, dass es online ist? Ich weiß es gar nicht. Jungs, was ist die GlitchCon? Haut mal raus. Hört sich auch irgendwie nicht juckt. Hört sich auch frei an, wenn ich ehrlich bin. Doch, ich glaube, das ist sogar von Twitch so eine Veranstaltung. Ah, stimmt. Das ist von Twitch. Du meinst Twitter? Nee. Was? Ich weiß es nicht. Du gehst auf Twitter oder nicht? Ja, klar. Twitter kenne ich. Das kam gerade so random irgendwie. Egal. Gucken wir uns mal die schöne Partie an, die die beiden zocken. Das ist die letzte Partie für heute. Droht hier irgendwas? Springer schlicht D4, Springer E6 schach. Nee. Springer C5 greift den E4 an, greift den Läufer an. Ich würde jetzt, hm, Läufer E2 vielleicht. Die Dame angreifen. Ich weiß es nicht. Und dann B4. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding, was die beiden hier spielen. Sehr, sehr spannend. Habe ich auch noch nie gesehen, die Eröffnung. Also, da haben sie sich auf jeden Fall was vorbereitet hier. Die wollen hier, die wollen eine Show liefern. Gefällt mir. Ja, das ist halt dieses, was Magnus gespielt hat schon häufiger, ne? Dieses Tauschen des Königs und der Dame, äh, die Position in der Eröffnung. Total lustig. Es geht aber um nichts mehr. Wir haben verloren, Leute. Mal wieder. Und jetzt muss ich Stafford Gambit spielen. Den ganzen Abend. Nimm es wie ein Mann, TBD. Ergel und Gambit und Bonklaut. Ja, mit Weiß kann man gar nicht so viel. Was machst du denn mit Weiß immer eigentlich? Mit Weiß kannst du Scotch Gambit spielen. Ja, das ist ja eine normale Eröffnung. Ja, oder, ja, aber die spiele ich immer. Spielst du immer Scotch Gambit? Ja, Scotch Gambit ist meine Lieblingseröffnung. Mit Weiß, was sonst? Mora Gambit natürlich kann ich spielen. Mora Gambit gegen Sizilianisch. Was ist das Ding? Äh, Flügel Gambit. Ja, das geht auch. Stimmt. Stafford im Anzug geht, glaube ich, nicht so richtig, Aston. Ich wüsste nicht, wie. Neckmensen kannst du versuchen. Nääääh. Ja, da musst du durch jetzt. Ne, Jerome Gambit, Jerome Gambit. Neckmensen, da ist es schwierig reinzukommen. Da muss der Gegner sechs, sieben Züge machen. Das kommst du nicht rein. Ja, stimmt. Da kommst du nicht rein. Du brauchst irgendwas, wo du schnell reinkommst. So wie Mora Gambit oder Stafford. Ello Wien. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, ja, ja. Springer E5, die Kacke, ne? Und dann, genau, den Springer opfern. Ja. Ja, ich werde mir schon was einfallen lassen. Und keine Sorge. Lauter Gambits. Und ich muss jede Partie bis zum Schluss spielen. Bis ich matt bin. Und du musst Papatikolat Gambit spielen. Im Franzosen. Sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Das ist G3. Und dann nimmt er den Bauern. Und dann? Läufer G2. Genau. Was ist denn das für ein komisches Gambit? Habe ich noch nie gehört. Papatikolat Gambit. Das ist ja total schlecht. Ja, genau. Deswegen spielst du das ja. G3, Läufer G2. Was ist das für ein Quatsch? Ja, du meinst B3, meinst du? Du meinst B3. Achso, ja, genau. Alter. B3 habe ich früher total viel gespielt. B3 bin ich Experte. Aber das ist kein richtiges Gumbit. Das ist einfach nur eine E-Variante. Ja, und Botas Gambit musste spielen. Wobei Botas Gambit keine Eröffnung ist. Chat, sondern einfach die Dame empfangen. Übrigens, Pabre steht komplett auf Gewinn hier. Komplett. Einfach Qualität mehr. Reverse Stafford Gambit ist... Hä? Ja, aber da kommt man nicht rein. Das ist... Da muss weiß ganz schön viel komische Züge machen. Also schwarz auch. Wichtig ist halt, schnell reinzukommen. In die Eröffnung. Bei einem Ordo-Schnab kannst du spielen, den Franzosen. Das kenne ich auch nicht. Das hat Hushima gespielt, aber ich weiß gar nicht, was man da macht. C4 ist übrigens strategischen Fehler. Weil es den Läufer befreit. Außer man gewinnt den Läufer auf der D-Linie jetzt. Was ich aber nicht glaube. Okay, es ist nicht wirklich... Ja, Paff. Paff kriegt hier einen richtig auf dem Sack von Pabre. Richtig einen auf dem Sack. Das freut mich. Paff war schon zweimal bei meinem Sub-Battle dabei. Und zweimal... Er hat noch nicht einmal gewonnen, leider. Das muss ich über Reti-Langweiler leider auch sagen. Er hat zweimal für mich gespielt. Der super starke Reti-Langweiler. Und beides Mal mit schwarz schön eine Reise kassiert. Ja, die sind vielleicht zu nervös. Ich weiß es nicht. Nö, der ist nicht nervös. Ich glaube, Reti-Langweiler ist überhaupt nicht nervös. Der ist ice-cool. Der spricht halt nur mit schwarz. Extrem... überaggressiv. Im Butcher-Modus. Ich weiß es nicht, wann ich den Stream machen werde. Weiß ich nicht. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Rückmeldungen sind. Gerade ein paar Sachen. Ich warte auf Antworten. Von Leuten, die ich einladen wollte. Aber da ich jetzt ja nicht mehr so häufig streame, nur drei, viermal die Woche, muss man schauen, wie ich das unterkriege. Ja, drei, viermal ist doch schon viel, oder? Ja. Einmal weniger halt als vorher. Ein bis zwei Mal weniger als vorher. Aber das hatte ich auch zwischendurch gesagt, weil ich so gestresst war. Da hatte ich einfach so viel gestreamt und so viele Videos. Da war ich einfach ein bisschen zu gestresst zwischendurch. Aber jetzt geht es wieder. Jetzt könnte ich wieder fünfmal die Woche machen. Mache ich aber nicht. Gefällt mir nicht, Paff. Aber du gibst dein Bestes. Aber gut, es ist noch nicht vorbei. Es ist, ähm, weil... Ja. Ja, ja. Wahrscheinlich ist das sogar jetzt sehr remiesig. Weiß, ähm... Weiß, ähm... Verpeilt hier die Figuren zu aktivieren. So ein bisschen. Und der König auf D6 steht halt unglaublich gut. Oh, kann er Türme tauschen? Äh, wer? Ja, aber Türme tauschen sollte er nicht. Ja, wahrscheinlich ist es Remi. Ich vermute, es ist Remi. Äh, ja. So, jetzt Schach. F5. Ah, nee, dann hängt der Bauer. Aber dann ist es Abzug. Na, egal. Ich sag einfach gar nichts. Nee, ach, hier kann man noch nichts mehr sagen. Das ist, ähm... Das ist wahrscheinlich Remi, weil... Ähm... Er kommt nicht dazu, den König von D6 auszuvertreiben mit einem der Türme. Und... Ja, es wird Remien, genau. Es wird es Remien. Ja, das erste Spiel Remi. Im ganzen Sub-Battle. Ja, GG. GG. Clap in den Chat. Jeder, der all hingegangen ist... Wobei... Zurück. Wobei es eigentlich schon gar nicht mehr gezählt hat, ne? Weil es eine Spaßvariante gespielt hat, ne? Ja. Also das Sub-Battle war ja eh schon over. Deswegen geht es gar nicht. Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Kugelbücher. An euch. Ja, dankeschön. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Absolut. Wie waren Spartaner? Wir haben nur... Wie viel haben wir verloren? Von 9,5 zu 7,5. Oh, kann sich doch sehen lassen. War spannend. War ein spannender... War ein spannender Spieler. Dabei. Ihr habt natürlich ein paar Mal... Standet ihr auf Gewinn und habt dann irgendwie noch reingeblendert. Aber... Ja. Passiert halt im Schach, ne? Die Nerven liegen blank beim Sub-Battle. Gut gespielt. GG an euch alle. Und vielleicht sehen wir uns nochmal zum Sub-Battle. Dann gibt es eine kleine Revanche. Definitiv. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Stafford-Stream. Ja. Bis zum nächsten Mal.